Und unsere lieben Frauen, der traumet, traumet, die ein Traum wie unter Ihrem Herzen gewachsen mehr, gewachsen ein Traum. Und wie der Raum ein Schatten gefolgt, wo lieber alle, alle nahmt. Herr Jesus Christ, der Heiland, dein Sohn ist dir, ist dir genannt. Herr Jesus Christ, der Heiland ist unser Heil und Trost. Mit seiner Bitten Matte hat er uns alle glücklich. Herr Jesus Christ, der Heiland, hat er uns alle glücklich. Herr Jesus Christ, der Heiland, hat er uns alle glücklich. Herr Jesus Christ, der Heiland, Untertitelung des ZDF, 2020